Die Frauen sind geschockt, die Männer sind jetzt auch in ihre hochheilige Menstruation eingedrungen, weil Männer menstruieren tatsächlich auch. Menstruieren kommt von Menstruus, das bedeutet monatlich, das ist lateinisch und die Männer haben ein Hormon, das nennt sich Aldosteron, das hat man herausgefunden, dass das tatsächlich im 28 Tage Zyklus genau wie bei den Frauen entsprechenden Hormone eben wechselt und dadurch kann man sagen, dass Männer eben auch menstruieren, sie haben zwar nicht den Ausfluss, aber das was dem zugrunde liegt, diese hormonellen Schwankungen im Monatsrhythmus, das haben Männer eben auch. Herausgefunden hat man das bei einem Experiment, das nennt sich MAS 500, da hat man 5 oder 6 Leute einfach komplett überwacht über ein Jahr und sowas funktioniert natürlich nur in Russland, wo es mit den Menschenrechten vielleicht nicht ganz so ernst genommen wird, beziehungsweise die Menschen belastbarer sind, was wissenschaftliche Forschung angeht. So ist es besser ausgedrückt, weil die Menschen haben das natürlich freiwillig gemacht und ja, da hat man eben herausgefunden, dass das Aldosteron einen 28 Tage Zyklus hat. Nun ist es erstmal wichtig, was passiert denn da überhaupt, weil wir wissen alle bei den hormonellen Schwankungen der Frauen im Monatszyklus kommt es auch zu emotionalen Schwankungen, zu Stimmungsschwankungen, die auch oft dann thematisiert werden und worauf dann natürlich Männer gerechtfertigterweise auch Rücksicht nehmen. Man hat dann auch wieder in einer anderen Studie herausgefunden, dass Männer quasi, die zusammen mit einer Frau wohnen, dass sie deren Rhythmus annehmen, auch hormonell, also ist nachweisbar, dass sie sensibler reagieren unter Voraussetzung der Liebe, dass sie sensibler reagieren in den Zeiten der Tage der Frau als dann eben sonst im Monat. Aber darum soll es nicht gehen. Heute geht es um etwas ganz Intrinsisches. Jeder Mann hat einen Zyklus, jeder Mann menstruiert und ja, da hat man dann geschaut, das Aldosteron, was hat das denn für eine Wirkung? Und da gibt es eine Erkrankung, das ist eine Nebennierenerkrankung, das wird auch Aldosteronismus genannt. Das bedeutet eben, dass das Aldosteron in großem Maße exzessiv ausgeschüttet wird. Und dadurch kann man eben auch die Funktion des Aldosteron wunderbar erkennen. Und ja, was sind denn da so die Merkmale davon, wenn man zu viel Aldosteron produziert? Das macht sich vor allem auf der körperlichen Ebene bemerkbar. Man hat Missempfindungen, man hat Muskelschwäche, ja, all die Dinge, die damit auch assoziiert sind. Es gibt ja verschiedene Missempfindungen, es gibt auch verschiedene Arten von Muskelschwächen. Also bei Missempfindungen kann es beispielsweise sein, dass man etwas empfindet, was nicht da ist oder man empfindet etwas nicht, was da ist oder man empfindet etwas anders, als es man normalerweise empfunden hat. Und immer wenn Empfindungen da eine Rolle spielen, ist natürlich auch der Geist involviert. Und auch bei Dingen, die recht körperlich, physisch erscheinen, wie Muskelschwäche, dass man sozusagen zum Beispiel die Regeneration dann zurücknimmt oder dass man keine Leistung mehr bringen kann oder so weiter, gerade in unserer Leistungsgesellschaft führt das auch alles immer wieder dazu, dass natürlich auch unser emotionales System getriggert wird. Du bringst keine Leistung, du bist schlecht und man weiß gar nicht so richtig warum. Das hat alles noch nicht so erforscht beim Mann, die Menstruation. Und ja, und entsprechend ist es dann so, dass diese Männer dann, ja, eben eine schlechte Laune haben, wissen aber gar nicht warum und sie haben auch nicht die soziale Rechtfertigung zu sagen, hey, ich habe jetzt meine Menstruation, ich habe meine Tage, weil sie auch nicht optisch sichtbar ist. Und den Vorteil hat natürlich die Frau. Bei ihr ist das optisch sichtbar und sie kann damit gewisse Sachen emotional, also Quatsch, nicht emotional, also gewisse Sachen sind emotional verbunden, aber sie kann das dann eben besser rechtfertigen und sagen, hey, ich habe die Tage und deshalb fühle ich mich nicht so gut. Und Männer können das bis zu dem Zeitpunkt nicht. Generell haben Männer oft die Problematik, dass sie ihre Gefühlsschwankungen gar nicht öffentlich ausleben können. Das beginnt schon im Kindergartenalter, wenn gesagt wird, ein Indianer weint nicht oder du bist ein Mann, du verhältst dich wie ein Mädchen. Und entsprechend finde ich das sehr, sehr interessant und sehr wichtig, dass eben auch diese Forschung, was die Menstruation des Mannes angeht, dass da ein bisschen auch mehr Fokus hineingerät. Und ich hatte da mal kurz im Internet ein bisschen geschaut und ja, was teilweise insbesondere im Frauenmagazin da abgeht, das ist ja, zum Beispiel auf der Seite Jolie.de, wahrscheinlich auch so eine, von der Aufmachung her, so Frauen Zielgruppe. Sein Zyklus, die Tage des Mannes, nicht genug, dass sich die Herren mittlerweile gleichermaßen bei der Kosmetikerin zur Petiküre wie im VHS-Kurs angstfrei klöppeln, tummeln. Nein, die männliche Invasion in völlig unmenschliche Lebensbereiche geht noch weiter. Noch so ein Riesending im Kosmos der Verweichlichung. Auch Jungs haben einen hormonellen Zyklus. Ich meine, ich möchte nicht verneinen, dass Männer und Frauen unterschiedlich sind. Da gibt es überhaupt keine Frage. Und das nicht nur physisch, sondern auch durchaus psychisch. Denn die Hormone des Mannes sind nicht die Hormone der Frauen zumindest, die grundsätzlichen, und auch da gibt es natürlich auch einen Übergang, die grundsätzlichen Konzentrationen und Verhältnismäßigkeiten. Aber Männern oder auch Frauen zu verweigern, dass sie in das Hoheitsgebiet des anderen Geschlechts eindringen und sich darüber echauffieren, das ist eine Sache, das zeugt von einer sehr respektlosen Art gegenüber dem anderen Geschlecht. Und das ist für mich persönlich einfach eine Diskriminierung des anderen Geschlechtes. Und da müssen wir aufpassen. Wir müssen die Fakten aufnehmen, wie zum Beispiel jetzt der Fall, dass Männer menstruieren. Aber wir dürfen daraus keine Gleichmachung entstehen lassen. Das heißt, der Wunsch, dass Männer und Frauen physisch gleich sind oder auch psychisch gleich sind, das ist nicht der Fall. Aber man muss trotzdem die Fakten anerkennen. Und Männern hilft das. Und genauso wie es den Frauen hilft und geholfen hat, dass sie auch in männliche Domäne eindringen können, dass sie auch sozial akzeptierter sind in Männerrollen, auch wenn das immer noch nicht so ist, wie es vielleicht wünschenswert wäre, genauso ist es wichtig, dass auch Männer, die eben das Bedürfnis haben, nicht diesem typischen Mann zu entsprechen, diesem Bild des Mannes, dass diese eben da auch von mir aus zur Pediküre gehen können und zum Angstfreiklöppeln oder was auch immer. Und das finde ich einfach sehr, sehr wichtig. Und von daher war es mir auch ein großes Bedürfnis, dieses Video vorzustellen und eben auch einfach mal das relativ Unpopuläre, das ist mir bewusst, das Unpopuläre Wissen da jetzt weiterzugeben, dass Männer eben auch eine Menstruation haben. Und naja, fühlt mal in euch, wie sich das für euch anfühlt. Vielleicht wie sich am Anfang des Videos das angefühlt hat und wie sich das jetzt am Ende des Videos, nachdem ihr hoffentlich auch bewusst darüber nachgedacht habt, was ich jetzt am Ende gesagt habe, wie sich das anfühlt. In erster Instanz war da Ablehnung. Und ich bin auch gespannt auf die Kommentare. Von daher will ich nicht weiter reden. Ich bin sehr, sehr gespannt, was eure Empfindungen dazu sind und eure Gedanken dazu. Ich meine, das ist ein wissenschaftlicher Fakt, da brauchen wir nicht zu reden, ob oder ob nicht. Aber was eure Empfindungen dazu sind, gerade in Bezug auf Männerrolle, Frauenrolle. Da bin ich gespannt. Wir sehen uns unten in den Kommentaren. Euer Christian. Einen guten Morgen!